Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich werde jetzt erst mal spielen, weil ich heute wieder zwei Videos drehe. Und jetzt spielen wir gegen... ...gegen die Polen. Dann starten wir mit der... Auf meinen Finger dieses Mal werde ich nicht... ...leeren. Nein, das muss ich nicht formulieren. Ja. So. Ich finde die Fangs-Ausbrüderung, aber nein. Hallo. Hallo. Ja, heute gibt es ein Freundschaftsspiel, zumindest vom Papier her. Aber das haben wir natürlich von diesen beiden Mannschaften in der Vergangenheit auch schon anders erlebt. Ja, das ist nicht so toll. Und ich erwarte auch heute wieder einige Videos. Vielleicht würde ich sagen, ein unfaires Spiel. Aber es wird schon hart geführt, weil natürlich keine beiden Teams hier verliebt haben. Ja, wir machen ganz sicher einen Eindruck. Große. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Was für ein Tor. Boah, bei dieser Granate in den Winkel, konnte der Torhüter den Ball nur nach Schock. Großartiger Trapp, was man mit den vollen Schossen hat. Ja, aus der Distanz, optimistisch. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Ach, kein Wunder, dass er den jetzt nicht gemacht hat. Der scheint mit seiner Kraft wirklich völlig am Ende zu sein. Eigner. Und ein Leitschuss. Und der Ball raus. Das ist ein guter Mann. Das sieht normal. Schöne Chance. Danke schön. Aber nur der erste Ball. Gegen ins Tor. Der Torhüter. Der Torhüter. Der Torhüter. Der hat sie. Da halt. Ja, es kommt bei Spielen. Das ist halt die große Stärke von ihm. Ja, jetzt ist er vorbei. Und was für ein Tor. Und jetzt ist er schon mit zwei Toren eine ideale Ausgangsposition für die zweite Halbzeit. Ja, das war schon fast die Vorentscheidung. Ja, und so schnell geht das. Jetzt hat der Gegner schon wieder den Ball. Ganz clever, ganz gut gemacht vor dem Abfälschchen. Das war schon okay. Das war schon bald. Du- Schöne sein. east war- den Garten 2 zu 0, das ist der Pausenstand und jetzt, liebe Zuschauer, freuen wir uns erstmal auf die zweite Hälfte. Wenn Sie diesen Druck in den zweiten 45 Minuten aufrechterhalten, kann hier eigentlich nicht mehr viel passieren. Wunderbarer Pass. Ach, die Chance hätten Sie besser nutzen müssen. Der Vorteil ist ja richtig ausgelegt worden, aber, was hat es gebracht? Leider nichts. Und das müsste jetzt der Töne geben. Sehr optimistisch. Nein, ich mache alles so auf dir. Komm, alle, wie muss das Klose? Klose, komm. Alles, bitte. Jetzt ist er ganz frei durch. Wow. Das ist ein Poltertor. Und diesen Treffer ziehen Sie in den Kölnkreffen. Was für ein Poltertor. Und das mit Blickkast der Auswechslung. Und das ist der Amokse. 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 Amokse. Und das ist der Amokse. Und das ist der Amokse. Und das ist der Amokse. Für Miroslav Klose immerhin, da ist der Torhüter doch froh, dass ein wenig die Genauigkeit fehlte, nicht platziert wird. Klasse Landtreffer! Oh, er schnappt sich den Ball. Das kommt jetzt was geht. Miroslav Klose jetzt. Und jetzt geht er vorbei! Haben Sie das gesehen, liebe Zuschauer? Also, der Ball macht... Ich weiß es nicht! So, Gott, das bleibt nicht voran! Guck mal! Guck mal! Und jetzt lässt er wieder den Ball in die Spitze spielten. Und er kann von weit raus schießen. Kein Problem für den Torhüter. Da war der Winkel für den Schützen einfach zu schlecht. Und gegen diese Abwehr eine Lücke zu finden, das ist verdammt schwierig. Und da ist ja schon so, dass jeden Spiel haben sie gewonnen. Und das könnte ja vielleicht schon eine Vorentscheidung sein, wie es in Zukunft das heute spielt. Vor allem... Eine letzte Partie noch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss! 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 Tschüss!